Der Kongress-Bizug lohnt sich, weil man Zeit hat, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man häufig nicht hat, weil man im Alltag immer so ganz schnell die Lösung finden muss und dann schon das Nächste wieder auf dem Schreibtisch liegt oder der nächste Patient im Zimmer steht. Also man hat einfach mehr Zeit zum Nachdenken, um sich über Dinge zu informieren und wieder anfangen, Fragen zu stellen. Der neue Podcast O-Ton-Pädiatrie behandelt Themen der Kinder- und Jugendmedizin und richtet sich primär an Kinderärztinnen und Kinderärzte sowie alle fachlich Interessierten. Willkommen zu O-Ton-Pädiatrie, dem Podcast für Kinderärztinnen und Kinderärzte. Heute geht es um den Kongress für Kinder- und Jugendmedizin, der vom 18. bis 21. September in Mannheim stattfindet. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher auf dem Kongress? Um welche Schwerpunktthemen geht es? Und warum lohnt sich ein Kongressbesuch? Das wollen wir heute von Prof. Dr. Thorsten Langer erfahren. Er ist Kongresspräsident der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin, abgekürzt DGSPJ. Es ist eine der Fachgesellschaften, die den Kongress mit ausrichtet. Die DGSPJ ist seit 25 Jahren das Organ der Zeitschrift Kinderärztliche Praxis, Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin. Wir arbeiten daher eng zusammen. Prof. Langer ist außerdem Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums am Universitätsklinikum Freiburg und leitender Oberarzt an der Klinik für Neuropädiatrie und Muskelerkrankungen. Mein Name ist Angelika Leitner und mit dabei ist meine Kollegin Nicole Finkenauer. Wir arbeiten beide in der Medizinredaktion von Metrix Deutschland und hier für den Fachtitel Kinderärztliche Praxis. Hallo, Nicole. Hallo, Angelika. Herzlich willkommen, Herr Professor Langer. Schön, dass Sie heute hier sind. Und auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Schön, hier zu sein. Vielen Dank. Als erstes würde mich mal interessieren, ob Sie denn ein erfahrener Kongressgänger sind, wovon ich erstmal ausgehe. Und deshalb würde ich gerne wissen, wie oft waren Sie denn schon speziell auf dem Kongress für Kinder- und Jugendmedizin und können Sie sich vielleicht sogar an Ihren ersten Besuch erinnern? Also ich erinnere mich besser an meinen ersten Besuch als an die Anzahl der Besuche. Also ich habe mal nachgeguckt und witzigerweise war es tatsächlich der Kongress 2009, ausgerechnet in Mannheim, bei dem ich zum ersten Mal war, wo ja der diesjährige Kongress auch wieder stattfindet. Also das ist 15 Jahre her und ich glaube, ich war wahrscheinlich insgesamt so um die zehnmal ungefähr da. Und wie lautet denn das diesjährige Kongressmotto und welche Themenschwerpunkte gibt es? Das Kongressmotto lautet dieses Jahr Kinder- und Jugendgesundheit. Das klingt vielleicht erstmal nur nach einer kleinen Nuance von Kinder- und Jugendmedizin zur Kinder- und Jugendgesundheit, aber ist natürlich in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen, weil es den Blick auf Kinder und Jugendliche deutlich breiter zieht. Dadurch auch mehr Raum entsteht für neue Themen und Inhalte, wie beispielsweise aus dem Bereich der Prävention. Es freut uns sehr, dass diese Öffnung stattgefunden hat in diesem Bereich und die Hoffnung besteht auch, dass der Kongress dann in Zukunft auch Kongress für Kinder- und Jugendgesundheit heißen wird. Darüber hinaus gibt es dann noch weitere Schwerpunktthemen für den Kongress insgesamt, an dem ja auch mehrere Fachgesellschaften beteiligt sind. Da geht es um seltene Erkrankungen als Proof of Principle für generelle Krankheitsmechanismen, sich das sozusagen anzugucken, die seltene Erkrankungen als eben Erklärmodell, aber auch Fragen der Dosierung von bestimmten Präparaten. Es bekommt nochmal viel Aufmerksamkeit. Für uns aus der Sozialpädiatrie haben sich darüber hinaus noch andere Schwerpunkte herauskristallisiert. Das eine ist die Beteiligung von PatientInnen und Familien in Forschung und Versorgung. Traditionell schon immer ein wichtiges Thema, aber das jetzt hier auch nochmal, das werden wir nochmal besonders herausstellen. Dann das Thema Innovation und Zukunftsorientierung. Gerade eben in diesen Zeiten, in denen so viel sich verändert, auch nochmal besondere Aufmerksamkeit bekommen soll. Und als drittes sozialpädiatrisches Schwerpunktthema, der Schnittbereich zwischen Pädiatrie bzw. Sozialpädiatrie und Prönetik. Das Programm kann man sich ja auch jetzt schon anschauen und das nehmen wir natürlich auch als Link mit in die Shownotes, damit die Hörerinnen und Hörer da schon mal stöbern können. Und wir haben natürlich auch auf der Kongress-Homepage schon mal ein bisschen rumgeguckt und haben im Grußwort einen schönen Satz gefunden, nämlich Ein Leben ohne Spielen ist möglich, aber sinnlos. Deshalb soll das Spielen ein wenig zum roten Faden unserer Veranstaltung werden. Das hört sich ja sehr interessant an. Was ist denn genau damit gemeint? Also mit diesem roten Faden verfolgen wir als Kongressorganisatoren verschiedene Ziele. Das eine ist, dass es natürlich ein Hinweis ist, dass wir uns um Kinder und Jugendliche als unsere PatientIn, glaube ich, anders bemühen müssen, als Erwachsenenmediziner das machen müssen. Und dazu gehört eben auch, die Perspektive von Kindern einzunehmen. Und da spielt Spiel einfach eine ganz wichtige Rolle. Und das ist das eine, eben der Hinweis darauf, wie wird das erlebt, was wir tun aus Sicht der Kinder und welche Bedeutung könnte das Spiel haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass so ein Kongress selber auch Spaß macht. Also die Kolleginnen und Kollegen, die da hingehen, die möchten natürlich ihr Wissensdurst stillen und Kolleginnen und Kollegen treffen. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass das alles eingebettet ist in ein Rahmenprogramm und in eine Atmosphäre, die einfach Freude macht. Und da haben wir dann versucht, verschiedene spielerische Elemente mit einzubauen, damit sich die Besucherinnen und Besucher möglichst wohlfühlen und entspannt dabei sind und dadurch am meisten mitnehmen können. Und können Sie so ein spielerisches Element mal nennen? Was ist da konkret darunter zu verstehen? Ein Teil ist natürlich auch Überraschung. Deswegen möchte ich jetzt nicht so weit vorgreifen. Aber es wird natürlich Bewegungsangebote geben. Es gibt auch Gruppenarbeiten, die dann im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung sozusagen eingeführt werden. Und da muss man nachher am Ende ein gemeinsames Ergebnis dann zusammenpuzzeln. Das ist so ein Beispiel dafür, aber auch im Rahmen des Aktionstags Hilfsmittel hat es eine Möglichkeit geben, sich da auch spielerisch zu beschäftigen. Na, das hört sich gut an. Der Kongress wird ja schon seit vielen Jahren von mehreren pädiatrischen Fachgesellschaften gemeinsam organisiert und auch gestaltet. Wer ist denn alles dabei? Und wie ist das Programm aufgebaut? Also es ist natürlich die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, die DGKJ ist dabei. Die ist auch die größte Fachgesellschaft. Und wen man in dem Zusammenhang auch erwähnen sollte, ist die junge DGKJ. Also das ist die Vertretung der jüngeren Ärztinnen und Ärzte innerhalb der DGKJ, die auch eigene Programmbeiträge mit einsteuern. Dann ist es der Berufsverband Kinderkrankpflege. Die sind mit dabei. Das sind auch die Fachgesellschaften, die sozusagen eigentlich immer dabei sind und dazugehören bei der Ausrichtung dieses Kongresses. Und dann sind weiterhin noch zu nennen die Deutsche Gesellschaft für Kindeschirurgie, die Gesellschaft für pädiatrische Nephrologie und die Deutsche Gesellschaft für pädiatrische Psychosomatik. Also andere Fachgesellschaften, wodurch sich natürlich auch neue Überlappungs- und Schnittbereiche ergeben, die wir dann hoffentlich gut thematisch dann auch filmen können. Und wie ist das Programm aufgebaut? Das Programm ist so aufgebaut, dass es Symposien und Workshops gibt, die von den Fachgesellschaften sozusagen alleine erst mal solo geplant werden. Und dann gibt es eben interdisziplinäre, fachübergreifende Veranstaltungen, wo man dann eben versucht, die verschiedenen Schnittbereiche auch aufzuzeigen. Und auch die Evaluation in der Vergangenheit hat gezeigt, dass genau die auch die besonders Interessanten für die Besucher und Besucher sind. Dass da, wo verschiedene Perspektiven aus den Fachbereichen zusammenkommen, auch der größte Mehrwert entsteht für die Besucher. Insofern guckt man beim Programm, sieht man sozusagen farblich markiert die Veranstaltung der verschiedenen Fachgesellschaften. Ab einer der Titel kann man dann auch sehen, wo handelt es sich um interdisziplinäre Symposien, wo man dann auch ein Mischeinbebot zurzeit bekommt. Jetzt haben Sie ja vorhin schon die Schwerpunkte der DGSPJ genannt. Was war Ihnen denn persönlich als Kongresspräsident bei der Programmgestaltung wichtig? Also für mich war das einerseits eine ganz tolle Gelegenheit, hier programmatische Schwerpunkte zu setzen. Und gleichzeitig, ich habe auch gemerkt, dass es natürlich extrem wichtig ist, das gut einzubetten und in Verbindung mit anderen Kolleginnen und Kollegen zu machen, die diese Themen auch mittragen. Und ein wichtiges Thema war schon immer, glaube ich, in der Sozialbediatrie auch eine gute Zusammenarbeit mit Familien, weil eben gerade bei chronisch erkrankten Kindern und Jugendlichen und mit Behinderung einfach die Expertise der Familien ganz entscheidend ist für eine gute Behandlung und Versorgung der Kinder und Jugendlichen. Das war sozusagen schon immer so. Und gleichzeitig hat es aber auch eine ganze Weile gedauert, bis sich sozusagen dann Familien und Ärztinnen und Ärzte und andere BehandlerInnen sozusagen auch auf Augenhöhe begegnen konnten. Das hat eine Zeit lang gedauert, dass man sozusagen aus diesen Hierarchien auch rauskommt. Und jetzt ist man aber auch an einem Punkt, an dem die Rolle von Patienten und PatientenvertreterInnen sozusagen auch in der Planung und Gestaltung von Versorgungsangeboten und auch in der Forschung immer wichtiger wird. Also über den einzelnen Patienten, das einzelne Kind hinaus, auch in diesen Bereichen, was sich zum Beispiel zeigt, im Deutschen Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit, da hat der Gesetzgeber sozusagen auch vorgeschrieben, dass Patientbeteiligung stattfinden muss in der Forschung, in ganz vielen Ausschreibungen von der DFG, vom BMBF wird das eingefordert. Und die Frage ist tatsächlich, wie kann das eigentlich gelingen? Also was brauchst du für Voraussetzungen, dass Forschung unter Beteiligung von Patientinnen und Patienten beziehungsweise Angehörigen auch gut wird, dass qualitativ gute Forschung rauskommt, die den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht werden, aber auch den der ForscherInnen. Da ist noch viel zu entwickeln und das sind sozusagen auch neue Kapitel, die da aufgeschlagen werden, genauso in der Versorgungsplanung. Wenn wir überlegen, wie kann Share-Decision-Making mit Kinder und Jugendlichen eigentlich umgesetzt werden, dann gibt es da im Moment noch mehr Fragen als Antworten. Und dem wollen wir einfach auch den Raum geben. Und was eben auch besonders ist dieses Jahr, dass ein Symposium zu dem Thema Beteiligung von Patienten und Familien in der Forschung von der Patientenorganisation selbst auch gerüstet wird. Also das Kindernetzwerk hat dieses Symposium sozusagen maßgeblich und federführend entworfen, natürlich auch in Absprache mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber das soll dem eben auch Rechnung tragen, dass die Bedeutung von Patienten und Familien wichtiger geworden ist und neue Bereiche auch jetzt mit erschließt. Das ist einer der Schwerpunkte, die wir da jetzt auch versuchen, ein bisschen anders oder neu mit darzustellen, hat sie in der Vergangenheit. Patientenbeteiligung ist ja, glaube ich, auch in anderen medizinischen Fachbereichen ein großes Thema. Aber ich kann mir denken, für sie natürlich auch nochmal besonders oder nochmal anders auch. Jetzt würde ich gerne noch wissen, so als Kongresspräsident hat man ja vielleicht nicht so viel Zeit, sich viele Sachen anzuhören, hat vielleicht noch andere Termine und Aufgaben. Aber welche Veranstaltungen interessieren Sie denn ganz besonders? Wo würden Sie gerne hingehen? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Am liebsten würde ich überall hingehen. Und leider wird nicht alles sozusagen aufgenommen, sondern nur ein Teil der Veranstaltung. Daher muss ich mir das gut überlegen. Eine Veranstaltung ist jetzt hier vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung, aber das sollte ja auch noch erwähnt werden, ist ein Symposium zum Thema Zukunft der sozialpädiatrischen Versorgung. Da werde ich sein, weil ich auch eine Vorträge halte. Aber da sind noch einige andere Vorträge mit dabei, was einfach ein ganz wichtiges Thema aufgreift, nämlich wie die sozialpädiatrische Versorgung in SPZ auch in Zukunft aussehen kann. Wir haben alle zu tun mit sehr, sehr langen Wartezeiten. Die anderen Institutionen im Bereich Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf sind extrem unter Druck überall im ganzen Land. Und angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung ist es unwahrscheinlich, dass es besser werden wird auf der finanziellen Seite. Daher ist tatsächlich die Frage, wo geht denn da die Reise hin? Und in dem Symposium gibt es dann einerseits verschiedene Beispiele, die genannt werden aus dem Bereich der Selbstlängererkrankung, aber auch SPZ-Versorgung von chronischen Erkrankungen aus unterschiedlichen Organgebieten, aber auch einen Einblick in die Überarbeitung des altertiger Papiers, was eine ganz wichtige programmatische Grundlage für die Arbeit in der Sozialpädiatrie ist. Und aus diesen verschiedenen Perspektiven soll zumindest eine Diskussion auch dann entstehen, wie wir SPZ-Versorgung in Zukunft auch gestalten können und wollen. Und das finde ich noch ein ganz wichtiges Thema. Darüber hinaus gibt es aber auch immer ganz andere Symposium, die mich natürlich auch persönlich interessieren, wo ich gerne hingehen würde, auch aus den Fachgebieten, mit denen ich ansonsten nicht so viel zu tun habe, wie beispielsweise Antibiotika-Therapie oder so, wo ich natürlich auch persönlich irgendwo das Interesse habe. Aber da habe ich mich noch nicht entschieden, wo ich dann am Ende hingehen werde. Und gibt es denn spezielle Angebote für junge Ärztinnen und Ärzte, also für den Nachwuchs, jetzt auch über den ganzen Kongress betrachtet? Ja, ich glaube, als junge Ärztin oder Arzt kann man sich wirklich freuen. Da gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltungen, sowohl von der jungen DGKJ, aber auch aus dem Bereich der DGSBJ, haben wir ein Symposium, wo was im letzten Jahr ziemlich erfolgreich war. Und die beiden Kolleginnen, die das damals gemacht haben, werden das netterweise wieder anbieten, wo es einfach auch darum geht, den Einblick in die Arbeit der verschiedenen sozialpädiatrischen Möglichkeiten dann auch zu geben. Und da gibt es unterschiedliche Formate, wie man da mit einem Speeddating dann unterschiedliche Fachbereiche auch kennenlernen kann. Also da gibt es wirklich viel zu entdecken und da kann ich alle sozusagen nur ermuntern und ermutigen hinzugehen. Ich glaube, da wird man viel Informationen mitnehmen können, aber auch viel Spaß haben. Und gibt es denn in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, virtuell teilzunehmen? Oder stehen Teile des Kongresses später noch online zur Verfügung? Es gibt eine Reihe von Symposiums, die kann man sich dann im Nachgang anschauen. Es gibt kein Streaming während des Kongresses. Das war eine Entscheidung, die da relativ früh schon getroffen wurde. Und gibt es Neuerungen beim Kongress, also zum Beispiel besondere Veranstaltungsformate? Also ich muss sagen, ich habe eben noch mal kurz geguckt und bin da auch auf sowas gestoßen wie Live-Podcast, die Expertise-Piraten. Aber vielleicht gibt es dann noch andere Dinge, die neu sind? Genau, es gibt auf jeden Fall zwei Dinge, die ich sozusagen erwähnen würde, insbesondere auch aus Sicht der DGSPJ. Das eine ist eben der, Sie gerade schon richtig gesagt hatten, der Live-Podcast der Expertise-Piraten. Denen wir zum Thema Innovations- und Zukunftsorientierung auch durchführen werden im Rahmen des DGSPJ-Programms. Die Expertise-Piraten sind ja innerhalb der Kindermedizin ziemlich erfolgreich. Ich habe viele, viele regelmäßige Hörer und Abonnenten und der Podcast, die Folge wird sozusagen in einer Live-Session aufgenommen. Also es gibt zwei Moderatoren, Sebastian Schröder und Kai Hänsel. Kai Hänsel ist ja derjenige, der den Podcast sozusagen auch begründet hat. Und Sebastian Schröder als DGSPJ-Moderator sozusagen. Und dann haben wir zwei Experten aus dem Bereich Innovation. Christoph Backes ist Geschäftsführer des U-Instituts aus Berlin, der sich viel mit sozialer Innovation beschäftigt. Und Tobias Gantner ist Arzt und Jurist und Innovator aus dem Bereich Gesundheit und Medizin, der sich auch viel mit technischen Innovationen auskennt. Und mit den beiden sind, glaube ich, sehr interessante Gesprächspartner gefunden worden. Und die Besucher beim Kongress können dann eben mitbekommen, wie dieser Podcast entsteht. Also es ist praktisch wie eine Podiumsdiskussion, wo teilweise auch Fragen gestellt werden können. Und gleichzeitig wird es eben aufgenommen und kann danach dann nachgehört werden über den Podcast. Das ist das eine Format. Und das andere, die andere Neuerung ist der Aktionstag Hilfsmittel, der am Donnerstag, das ist der 19. September stattfindet. Mit diesem Format wollten wir das Thema Hilfsmittel mehr in den Mittelpunkt rücken. Zum einen, weil es eben für viele Patienten, Patientinnen und Familien von wahnsinnig wichtiger Bedeutung ist, ob die richtigen Hilfsmittel verordnet werden und auch bewilligt werden, damit der Alltag besser funktioniert. Eine ganz wichtige Voraussetzung für die Bewältigung des Alltags. Und gleichzeitig ist es eben auch wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte sich gut auskennen und häufig wenig Gelegenheit haben, die verschiedenen Hilfsmittel überhaupt mal kennenzulernen und zu sehen, wie die funktionieren und warum dieser Rollstuhl, den man verordnet, eigentlich 30.000 Euro kostet. Deswegen wird es an diesem Aktionstag eine Ausstellung geben von verschiedenen Herstellern, wo man sich dann direkt mit Hilfsmitteln beschäftigen kann, die teilweise auch mal ausprobieren kann. Dazu gibt es ein Beratungsangebot von verschiedenen Expertinnen und Experten aus dem Bereich zum Thema Verordnung von Hilfsmitteln. Was muss ich richtig machen, damit die Verordnung auch durchgeht und nicht vom MDK wieder einkassiert wird und dass auch das Richtige verordnet wird? Also da gibt es eben auch einen Beratungsstand, wo man sich darüber noch informieren kann, dass man einfach da auch die notwendigen Informationen dann mitnehmen kann. Und der dritte Aspekt ist noch ein eher spielerisches Anteil. Und zwar konnten wir über die DFB-Sepp-Herberger-Stiftung das möglich machen, dass ein Fußballfeld aufgebaut wird, auf dem Fußball mit Einschränkungen sozusagen auch gespielt werden kann, mit einer Mobilitätseinschränkung oder mit einer Sehbehinderung. Und da kann man eben auch diese Dinge dann einmal erproben, nicht um jetzt kennenzulernen, wie das Leben mit der Behinderung ist. Das wäre sicherlich anmaßend, sowas damit zu erreichen. Das ist nicht das Ziel, aber trotzdem, um auch mal einen Einblick zu bekommen, welche anderen Möglichkeiten im Bereich Sport und Bewegung es auch für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen gibt und da einfach auch ein bisschen die Berührungsängste abzulegen. Und das läuft sozusagen den ganzen Tag über an dem Donnerstag und hatte eben diesen Dreiklang aus Hilfsmitteln zu sehr Proben angucken, Beratung und gleichzeitig im Sport mit Behinderung. Dann steht ja in diesem Jahr wieder eine Stephan-Engel-Preis-Verleihung an. Sie haben den Preis ja selbst vor einigen Jahren erhalten. 2016 war das. Was hat es denn mit dem Stephan-Engel-Preis auf sich? Der Stephan-Engel-Preis ist der wissenschaftliche Preis der DGSPJ, der alle zwei Jahre verliehen wird. Und wir sind sehr gespannt auf die Bewerbungen, die jetzt eingegangen sind. Also wir hatten jetzt gerade letzte Woche Bewerbungsfrist auf den Stephan-Engel-Preis. Und mit dem Stephan-Engel-Preis werden eben herausragende wissenschaftliche Leistungen aus dem Bereich der Sozialpädiatrie gewürdigt. Das ist das Ziel und ist sozusagen der höchste wissenschaftliche Preis der DGSPJ. Und ich bin ja sehr gespannt, an wen der dieses Jahr gehen wird. Also da kann man jetzt, wie sich das so anhört, noch nichts sagen zur Preisträgerin oder Preisträger der Arbeit. Und wann wird denn die Verleihung stattfinden? Die Verleihung findet am 20.09. in einem Mittagsymposium um 12 Uhr statt. Alle sind herzlich eingeladen, auch dort hinzukommen. Ist besonders auch interessant, weil es natürlich einen Einblick in die Forschungsarbeiten des Preisträgers der Preisträger geben wird. Die werden selber einen Einblick geben und dann natürlich noch die Laudatio auf den oder die Preisträgerin. Ja, die Preisverleihung, das hört sich ja schon mal gut an, dass das vielleicht auch ein Kongress-Highlight sein könnte. Aber für Sie persönlich nochmal, worauf freuen Sie sich denn besonders beim Kongress? Und was wird vielleicht Ihr persönliches Kongress-Highlight? Ich freue mich wirklich auf den Kongress insgesamt. Wir hatten vor zwei Wochen nochmal ein Treffen im Bosengarten in Mannheim, wo das stattfinden wird. Und sind da durch die verschiedenen Hallen gelaufen, die jetzt noch nicht richtig gesturnt sind. Natürlich, wie sie da gesturnt sein werden. Und man kann auch die Räuber teilweise schon erkennen, teilweise nicht, weil das ja dann immer verändert wird, je nach Veranstaltung. Aber sich dann vorzustellen, dass da wirklich dann viele hundert Kinderärztinnen und Kinderärzte da sein werden. Und das ist schon aufregend. Und ich hoffe sehr, dass das Programm, das wir jetzt überlegt haben, auch das Interesse findet. Und dass wir sozusagen eine Mischung finden, dass es so attraktiv wird, dass man da gerne hingeht und was lernt und sich informiert. Und gleichzeitig auch, ich sag mal so, in der aktuellen Situation auch verankert ist, dass man sich vielleicht auf dem Weg auch mit Themen dann beschäftigt, die vielleicht auch unangenehm oder anstrengend sind. Also was zum Beispiel am R1-Symposium zum Thema Kinder und Jugendlichen in bewaffneten Konflikten, was natürlich auch dann wichtige aktuelle Themen mit aufbringen soll. Und meine Hoffnung ist, dass es einfach eine Mischung, eine gute Mischung wird, dass die Besucherinnen und Besucher viel mitnehmen können, auch Möglichkeiten und Räume finden, sich mit Kollegen wieder auszutauschen. Was ja auch häufig ein Grund ist neben dem Programm, das wir uns überlegen. Aber da muss man natürlich auch die Räume finden, dass man sich wohlfühlt. Da hat die Kongressorganisation mehr dazu beizutragen, als wir jetzt als Programmverantwortliche. Aber insgesamt hoffe ich einfach, dass es eine gute Veranstaltung wird, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende sagen, ja, nächstes Jahr gehe ich wieder hin. Ein Kongressbesuch lohnt sich, weil, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wie würden Sie denn diesen Satz zu Ende bringen? Der Kongressbesuch lohnt sich, weil man Zeit hat, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man im Alltag häufig nicht hat, weil man im Alltag immer so ganz schnell die Lösung finden muss. Und dann schon das nächste wieder auf dem Schreibtisch liegt oder der nächste Patient im Zimmer steht. Also man hat einfach mehr Zeit zum Nachdenken, um sich über Dinge zu informieren und wieder anfangen, Fragen zu stellen. Prima. Dann sagen wir an dieser Stelle mal vielen Dank für den interessanten Ausblick und bis bald in Mannheim. Bis bald. Das war O-Ton-Pädiatrie, der Podcast für Kinderärztinnen und Kinderärzte. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne bei den gängigen Podcastportalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Vielen Dank an Anna Romalis, Christian Duda und Nils Kreff aus dem Digitalteam von Metrix, die an diesem Podcast mitarbeiten. Bis bald hier in O-Ton-Pädiatrie sagen Nicole Finkenauer und Angelika Leitner. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen, Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Metrix Group. We care for media solutions.